Nach der knapp verpassten Meisterschaft in der vergangenen Saison wollte man jetzt mit dem Transfersommer so ein bisschen ein Zeichen setzen, beziehungsweise sich gut auf die kommende Saison vorbereiten. Bis hierhin ist es nicht ganz so gut gelungen, der Alvarez-Deal ist geplatzt, der Fresneda-Deal wohl auch und bei vielen Fans ist jetzt so ein bisschen Unruhe aufgekommen. Es wird so ein bisschen gefragt, ob der BVB überhaupt einen Plan hat, was er machen will, wie man Bellingham ersetzt, auch mit dem vielen Geld, das man durch ihn eingenommen hat und gerade deswegen möchte ich mich heute mal an fünf Transfers versuchen, die der BVB eben machen sollte, um bestmöglich für die nächste Saison gewappnet zu sein. Ich persönlich würde die aktuelle Situation jetzt nicht überbewerten. Ich denke, man hat noch Zeit und Kehl hat bis jetzt auch einen guten Job gemacht, ehrlich gesagt und ich würde da der Führung schon noch ein bisschen vertrauen. Dennoch hier nun meine fünf Vorschläge, wen der BVB holen sollte, eben auf den Positionen, wo meiner Meinung nach noch Bedarf besteht. Wir fangen an auf der Außenverteidigungsposition, denn da besteht meiner Ansicht nach schon noch Bedarf. Ich habe mich jetzt hier gar nicht mal unbedingt auf eine Seite festgelegt, also ob rechts oder links, sondern mit Nikola Zalewski einen Spieler ausgewählt, der problemlos auf beiden Seiten spielen kann und das auch schon des Öfteren gemacht hat, denn der 21-jährige polnische Nationalspieler ist eigentlich komplett beidfüßig, also das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Bei der Roma spielt er vorzugsweise als Ringback, also als Schienenspieler in der Fünferkette von Mourinho. Beim BVB sehe ich eben noch Bedarf. Der Fresneta-Deal ist geplatzt. Zudem ist Guerreiro eben gegangen. Klar, da hat man Benze Baini, aber ich finde, da wäre durchaus noch eine Personalie wie Zalewski interessant, weil er eben extrem offensiv stark ist. Er ist gelernter Flügelspieler und kann dementsprechend gut die Breite besetzen, was jetzt Benze Baini zum Beispiel nicht unbedingt perfekt macht. Und genau das ist halt eben im aktuellen System unter Terzic nötig, denn die offensiven Flügelspieler mit Adeyemi und Mahlen, die ziehen natürlich eher ins Zentrum als gelernte Stürmer und dementsprechend muss jemand die Außenbahn besetzen und das müssen halt in dem System die Außenverteidiger und Zalewski ist dafür halt eben prädestiniert. Man könnte jetzt sagen, seine Defensivarbeit ist vielleicht nicht die beste und ja, das stimmt, aber sie ist tatsächlich noch statistisch gesehen besser wie die von Guerreiro und dazu muss man auch sagen, dass Zalewski nur in einer Fünferkette gespielt hat, während Guerreiro in einer Viererkette gespielt hat, also tendenziell sogar noch weniger Defensivarbeit zu verrichten hatte, aber er kann es halt auch in der Viererkette, das hat er sowohl für Rom mal ganz selten gespielt und auch bei der polnischen Nationalmannschaft hat er mal außen verteidigt in der Viererkette und wie gesagt, flexibel, kann auf beiden Seiten spielen, daher für mich ein extrem guter Fit, da er halt noch eben extrem jung und somit auch noch extrem talentiert ist. Zur Not könnte Zalewski aber eben auch offensiv als Flügel spielen, genauso wie ein Marius Wolf auf der anderen Seite, also auch da ist er extrem flexibel, er muss aber halt im eigenen Ballbesitz extrem hochstehen und offensiv agieren, weil er defensiv nicht der Beste ist, aber das trifft sich ganz gut mit meinem weiteren Transfervorschlag, denn das ist tatsächlich nochmal ein Außenverteidiger, diesmal ein Rechtsverteidiger, der eigentlich auch nur dort spielen kann und zwar ist es tatsächlich Aaron Wan-Bissaka von Manchester United. Der Engländer ist mit 25 noch in einem guten Alter und sollte bei United ja eigentlich schon länger verkauft werden, dennoch hat er es dann in der letzten Saison geschafft, Stammspieler zu werden in der Rückrunde, als eben Jogo Dalot verletzt war und er hat es auch echt gut gemacht, zumindest das, was ihn ausmacht und was er gut kann und das ist halt eben ganz klar die Defensive, denn da kann ihm eigentlich fast kein Rechtsverteidiger was vormachen, er ist defensiv extrem zweikampfstark und vor allem im 1 gegen 1 verteidigen ist er einer der besten Spieler der Welt und hat zudem halt ein enorm hohes Tempo. Das Problem bei ihm ist allerdings, dass er neben seinen defensiven Stärken halt spielerisch Schwächen mitbringt und auch sein Offensiv-Output ist natürlich nicht das Beste, sein Aufbauspiel lässt teilweise zu wünschen übrig, er ist kein guter Passgeber und genau das macht ihn aber so interessant, denn bei United möchte man jetzt eine spielerische Weiterentwicklung unter Trainer Ten Hag und dementsprechend ist vorgesehen, dass man eher auf Jogo Dalot setzt und Wan-Bissaka wahrscheinlich eher verkauft, vor allem wenn halt eben ein gutes Angebot reinkommen würde und ich glaube ganz ehrlich, sie sind verkaufsbereit, da würden so 25 Millionen wahrscheinlich sogar schon reichen, was eben auch seinem Marktwert entspricht und so hätte man halt für die rechte Seite jemanden, der defensiv extrem stark ist und der Offensiv vielleicht nicht mal unbedingt eingesetzt werden muss, dann nutzt man eben rechts mal einen Flügelspieler, der eher die Breite hält und behält Wan-Bissaka hinten, dann kann man den Linksverteidiger auch weiter vorschieben, beispielsweise Zalewski oder auch Benzebaini und das Ganze würde das Spiel halt extrem flexibel machen, man könnte ihn auch im Ballbesitz einrücken lassen, sodass man eine Dreierkette spielt, wo er dann eben der rechte Innenverteidiger ist, also daher finde ich das auf jeden Fall gar keine schlechte Lösung und nun gilt es natürlich noch gewissermaßen Bellingham weiter zu ersetzen, klar man hat schon einen Felixen-Matcher verpflichtet, dennoch sollte man da auf jeden Fall nachlegen, vor allem mit einem Achter würde ich sagen, beziehungsweise jemandem, der eher defensive Qualitäten hat, aber auch offensive und eigentlich war mein Favorit auf die Bellingham-Nachfolge lange Joey Fährmann von der PSW Eindhoven, allerdings finde ich, dass er sich ein Match dazu eher ähnelt und deshalb habe ich mich jetzt für eine andere Option entschieden, der aber dennoch Niederländer ist, aber beim Meister Feyenoord Rotterdam spielt und zwar ist das ganze Mats Wiefer, sehr interessanter Spieler, ist zwar schon 23 Jahre alt, ist schon so ein bisschen ein Spätsünder, denn er hatte erst letzte Saison seinen Durchbruch und zwar quasi auf der Doppelsechs bei Feyenoord neben einem Köcktschü, der ja jetzt zu Benfica gewechselt ist und Wiefer war da eher für die defensive Arbeit zuständig. Ich persönlich sehe bei seiner Entwicklung jetzt so ein bisschen einen Scheideweg, entweder wird er zum Sechser oder zum Achter, ich persönlich kann mir beides vorstellen, ich würde ihn beim BVB eben eher als Achter sehen, mit einem Can hinter sich, ich sehe ihn aber auch als durchaus guten Partner für Can neben sich, weil Alvarez und Can hätte ich ein bisschen defensiv und dekonstruktiv gefunden, Mats Wiefer hingegen hat sowohl das gute Aufbauspiel als auch ein gutes Output im letzten Drittel, wie eben auch einen Matcher oder ein Brand natürlich auch, aber er bringt halt eben auch die Qualitäten im Aufbauspiel als auch gegen den Ball, denn er ist tatsächlich auch recht kopfballstark und robust in seiner Spielweise, auch wenn man das im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt denken würde und dementsprechend für mich eine extrem gute Lösung. Extrem underrateder Spieler, hat jetzt auch sein Debüt gegeben in der Nationalmannschaft und ich sehe ihn auf jeden Fall als Top-Mittelfeldspieler in den kommenden Jahren, auch wenn er jetzt erst seinen Durchbruch hatte. In der Innenverteidigung ist man qualitativ zwar sehr gut besetzt, mit einem Hummels, Schlotterbeck als auch Süle, dennoch wird es halt in der Breite und dahinter so ein bisschen mau, da hat man zwar noch Koulibaly, aber der hat jetzt nicht unbedingt das Niveau schon zu spielen, vor allem wenn man sich die Verletzungsanfälligkeit der drei Stamm-Innenverteidiger anschaut und da wäre meiner Meinung nach durchaus noch ein Spieler von Nöten, auch mit einer hohen Qualität und meiner Ansicht nach könnte das Armel Belakotschab sein, der ja eben die Bundesliga letzten Sommer verlassen hat und in der Premier League bei Southampton individuell gesehen eine herausragende Saison gespielt hat, auch wenn er natürlich mit dem Verein letztendlich abgestiegen ist, aber genau dieser Abstieg macht ihn halt eben so interessant auf dem Transfermarkt, denn ich lege mich mal fest, er wird definitiv wechseln und ich sehe da den BVB in einer guten Position, wenn sie Interesse bekunden würden. Belakotschab muss mit 21 noch viel lernen, dennoch ist er schon jetzt auf einem guten Niveau, vor allem defensiv, gute Zweikampfwerte, mit dem Ball ist sein Spiel noch ausbaufähig, also er ist jetzt kein überragender Passgeber, kann natürlich auch daran liegen, dass er bei Bochum und dann bei Southampton in nicht ganz so spielsteigenden Teams gespielt hat, dennoch sehe ich da nicht unbedingt seine Stärken, aber das Ganze kann sich noch entwickeln und falls nicht, hat er ja schon drei spielsteige Innenverteidiger neben sich im Kader und das kann sich dann eigentlich recht gut ausgleichen. Außerdem macht er den BVB taktisch gesehen eben noch flexibler, man kann da jetzt durchaus Dreierkette spielen mit drei Innenverteidiger, mit vier im Ballbesitz kann man die Strukturen leicht verändern. Man kann auch, was ich gerne sehen würde, Schlotterbeck in der John Stones Rolle spielen, dass er eben im Ballbesitz ins Mittelfeld aufrückt, aber ja, das Ganze ist dann natürlich Terzic überlassen, ob er das machen wird, bezweifle ich mal, aber auch rein qualitativ, wenn man jetzt das System gleich lässt, würde Belakotschab dem BVB durchaus helfen, gerade in der Breite. Und neben dem Sportlichen spricht er auch noch dafür, dass er, meine ich, aus der Region kommt, also war er bei Bochum, wo er aus der Jugend kam und den Durchbruch geschafft hat, aber auch bei Arlen, Gladbach und so, also von der Richtung her wäre er da doch deutlich näher an seiner Heimat und das wäre auch noch ein Aspekt, der für einen Transfer sprechen würde. Somit wäre dann der Bedarf, den es meiner Ansicht nach auf den verschiedenen Positionen gibt, abgedeckt und ein Transfer habe ich dennoch. Ich bin persönlich nicht ganz 100% davon überzeugt. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, der Bedarf ist abgedeckt mit qualitativ guten Spielern. Nun wollte ich eher noch so einen Führungsspieler, der am besten auch deutsch ist. Letztendlich habe ich mich nicht für einen Deutschen entschieden, aber mit Thomas Delaney für einen Rückkehrer zum BVB, der eben gut Deutsch spricht aus seiner Zeit bei Bremen, aber auch Dortmund. Und ich könnte mir das Ganze durchaus vorstellen, dass er da halt eben eine gute Führungsrolle einnehmen würde. Er darf halt meiner Ansicht nach nicht die allergrößten Ansprüche stellen auf Einsätze, weil wenn wir ganz ehrlich sind, was der bei Hoffenheim in den paar Spielen gezeigt hat in der Rückrunde, war jetzt, ja, war schon recht schlecht. Ich glaube, er kann es natürlich besser, auch in einem besseren Team, wo es jetzt nicht unbedingt gegen den Abstieg geht. Dennoch geht es mir primär eher um die Führungsqualitäten, die er durchaus hat. Und deshalb würde ich eine Verpflichtung durchaus befürworten, denn mit Terzic müsste er auch ein recht gutes Verhältnis haben. Ich habe mal nachgeschaut, Delaney hat 21 der 32 Spiele unter Terzic gespielt, als der eben damals der Interimstrainer war. Und deshalb könnte ich mir jetzt vorstellen, vielleicht habt ihr da auch noch bessere Vorschläge, denn das soll es letztendlich auch gewesen sein. Und daher würde mich gerne mal eure Meinung zu meinen Vorschlägen interessieren. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, aber lieben gerne auch andere Vorschläge. Wen könnte der BVB holen? Wo liege ich daneben? Wo habe ich recht? Also schreibt es einfach mal unten rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal.